Ich bin Jörg Neumann von der Abteilung Hochdorf-Enns und ich bin in der Gesamtwehr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wir befinden uns hier zwischen Nussdorf und Ried. Wir wurden zu einem Flächenbrand, einem gemeldeten B2, alarmiert und konnten beim Eintreffen der ersten Kräfte circa eine größere Fläche brennendes Weizenfeld vorfinden, im Gesamten circa 1,6 Hektar, die durch uns abgelöscht wurden. Die Schwierigkeit beim Ablöschen dieser Fläche war die nicht verfügbare Bodenwasserversorgung, welche über Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr hergestellt werden musste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017